Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder einschaltet. Heute gibt es eine Buchrezension zu einem Kochbuch, das natürlich auch in dieser Reihe nicht fehlen darf. Und zwar ist es das legendäre Vegan-Profit von Attila Hildmann. Und zwar ist es das Kochbuch, das mich zum Veganer gemacht hat. Oder ja, kann man eigentlich schon so sagen. Bevor es dieses Buch gab, war ich eigentlich immer überzeugter Fleischesser und habe immer viel Fleisch gegessen. Ich habe auch immer viel Gemüse gegessen, aber doch eigentlich auch viele Eier und Fleisch, Milch, Ding so. Aber doch, ich habe immer schön gut alles gegessen und habe mir ja zwar schon an Tierquälerei und so Gedanken gemacht, aber jetzt so, ich war überzeugter Omnivore. Und dann ist mir dieses Buch irgendwann mal in die Hände gefallen, beziehungsweise wurde immer mehr darüber geschrieben, so dass es auch an mir nicht vorbeigehen konnte. Und dann habe ich gelesen drüber, habe auch von Erfolgen gehört und habe mir gedacht, Sport und Vegan, wie soll denn das funktionieren? Ich meine, ich habe zu der Zeit sehr, sehr, sehr viel Sport gemacht und habe mir dann auch gedacht, wie soll das funktionieren? Und habe dann die Challenge einfach durchgezogen. Da wart ihr auch damals dabei. Das war 2014, im Mai ging die Challenge los. Und ja, seitdem ernähre ich mich vegan. Es gab zwar mal Ausnahmen aus gesellschaftlichen Gründen oder es ist halt auch nicht so einfach, wenn man 27 Jahre Omnivore, also alles gegessen hat. Ich wollte schon sagen, gefressen hat, aber es ist ja auch irgendwie so. Und dann plötzlich dann vegan lebt, ist auch nicht so gut, also nicht so einfach fürs Umfeld vielleicht und auch nicht so einfach für einen selbst damit zu leben. Ich meine, jetzt ein halbes Jahr später sehe ich das schon wieder ganz anders. Mittlerweile ist es total leicht, aber ja, damals war es schon nicht ganz so einfach. Ja, aber zu dem Kochbuch. Viele sagen, halten ja gar nicht so viel von Attila Hildmann, weil sie sagen, er fährt einen Porsche, weil sie sagen, es ist Kommerz, was er treibt. Und ich sage dazu, ja, ihr habt recht. Aber es ist völlig egal, ob es irgendwie Kommerz ist oder ob er heimlich doch Fleisch isst oder ob er jetzt sympathisch oder unsympathisch ist. Das ist mir alles ganz egal. Weil wichtig ist eins, er hat die vegane Ernährung salonfähig gemacht. Das ist einfach so. Ohne ihn gibt es nicht so viele Veganer wie heute. Und ich bin mir nicht so sicher, ich bin mir gar nicht mal so sicher. Ich meine, das Vegan sein ist ja momentan modern. Also wir machen momentan so eine Wandlung durch, wo bewusster gegessen wird, wo weniger Fleisch gegessen wird. Im Idealfall gar keins mehr. Und da hat Attila Hildmann einfach einen sehr großen Teil dazu beigetragen. Also ich weiß jetzt nicht, ob es die Entwicklung so extrem auch ohne ihn geworden wäre. Aber er hat es schon sehr salonfähig gemacht, das Ganze. Ja, und das ist das Kochbuch dazu. Also zu dieser Vegan for Fit Challenge. Er hat auch noch andere Kochbücher. Er hat auch noch diese Vegan for Use Challenge. Jetzt hat er ein Buch rausgebracht, Gone to Go. Ich möchte sie mir irgendwann mal alle anschaffen. Aber ich habe einfach noch so viele Kochbücher. Und dann hat das einfach nicht geeilt. Die sind ja auch jetzt nicht so günstig. Kosten alle so um die 30 Euro. Und ich muss aber sagen, die machen ganz schön was her. Die sind groß. Die sind schön. Und ich habe auch für YouTube oder auf YouTube schon Rezepte aus diesem Kochbuch gekocht. Die packe ich euch einfach in die Infobox. Ich muss sagen, mir hat alles sehr sehr gut geschmeckt, was er da hier präsentiert. Zum Kochen war es manchmal unpraktisch, weil es einfach so riesig ist. Das ist auch... Ich habe auch fast alle Rezepte aus dem Kochbuch mehrmals gekocht sogar. Ja, zur Challenge selber zähle ich nicht mehr viel. Ich kann euch mal mein Challenge-Fazit nochmal mit in die Infobox posten. Das habe ich euch damals gedreht. Und so im Allgemeinen muss ich sagen, es sind sehr gute Rezepte dabei. Aber er fährt mir so diese Low-Carb-Schiene. Das heißt, früh reichhaltig mit vielen Kohlehydraten Frühstücken. Und ab 16 Uhr keine Kohlehydrate mehr. Und alles ist halt sehr gehaltvoll, was er kocht. Und auch fettig. Also er kocht viel mit Nuss und Musen, Ölen. Und ja, ich muss sagen, ich habe mich schon sehr durch die vegane Ernährung verändert, so vom Körpergefühl her. Aber mir liegt High-Carb-Low-Fett einfach mehr. Da geht es mir einfach noch besser. Kohlehydrate machen mich einfach glücklich. Ich möchte nicht auf Kartoffeln verzichten, Haferflocken. Gut, muss man jetzt bei der Vegan for Fit Challenge auch nicht. Aber mir liegt es einfach mehr, wenn ich Fettarm einfach esse. Starch-Lotion, das gefällt mir total gut. Wo ich viel Reis esse, wo ich viel Kartoffeln esse und Pulver und Couscous. Und ja, ich bin einfach glücklich mit Kohlehydrate. Ansonsten kann ich das Buch trotzdem wärmstens jedem weiterempfehlen, der das Veganer einfach mal ausprobieren möchte. Der einfach mal eine Challenge braucht, der einen Tritt in den Hintern braucht. Und ansonsten, wer jetzt nicht irgendwie auf Fette oder sowas achtet, für den ist es auch was, weil die Rezepte, die da drin sind, die sind alles super, super lecker. Also, mir hat das alles super gut geschmeckt. Und viele schimpfen zwar über den Aufwand. Ich muss aber sagen, dass ich mit den meisten Rezepten, die ich so gekocht habe, immer recht schnell fertig war. Und ich habe dann meistens auch gleich vier Portionen gekocht. Dann konnte ich mir zwei einfrieren und dann hatte ich immer gleich was. Oder so eine vegane Bolognese oder so eine Gemüsehörse. Das geht halt richtig fix, wenn man das einmal gemacht hat. Und ja, es ist ein Kochbuch, das mir sehr gefallen hat. Und deswegen wollte ich das jetzt hier einfach der Vollständigkeit halber mal hochladen. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie ihr zur Vegan for Fit Challenge steht und was ihr denn so von Artina Hildmann haltet. Und ja, ansonsten liked mich, abonniert mich und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye!